Hi, Thorfer. Ich würde dich gern richtig kennenlernen. Und? Kannst du da? Nein, ich kann wegen meiner Krankheit hier nicht weg. Lasst uns den Jungen nach Hause holen. Stell dir vor, ich komme zu dir. Wie geht es dir? Ich will auch dort draußen sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Das überlebt er sonst nicht. Er ist auf der Suche nach einem Mädchen. Au! Du hast auf keine meiner Nachrichten reagiert. Ich hatte doch gesagt, dass ich zu dir unterwegs bin. Sieben Monate lang? Meine Mutter war eine Astronautin. Ich wurde auf dem Mars geboren. Ich bin unterwegs mit einer irren Person. Wohin fahren wir? Du wolltest doch die Welt sehen. Du musst sofort zurückkommen. Das ist mein Leben. Wir heben gleich ab! Sein Herz hält unsere Atmosphäre nicht aus. Ihm läuft die Zeit davon. Ich hatte solche Angst, nicht zu wissen, wie man ein Mensch ist. Du machst mich zu einem Menschen, Thorfer. Als wir auf der Uni waren, war ich ziemlich in dich verknallt. Ich habe das gleiche gefühlt. Das Problem ist, dass ich so ziemlich jede Schaf finde. Ich habe das gleiche gefühlt. Ich habe das gleiche gefühlt.